Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um dieses schöne Ding hier gehen, das Google Pixel 4 XL. Ich sage es schon mal vorweg, ich will dieses Teil irgendwie wirklich mögen, aber irgendwie kann ich es nicht. Und im Laufe des Videos sollt ihr dann erfahren, warum. Fangen wir dann gleich mal mit der Optik an. Das Handy an sich gefällt mir wirklich gut. Die Rückseite finde ich optisch sehr gelungen. Ich finde es gut, dass die Kameras nicht wie beim iPhone so rausstehen, dass das halt eine glatte Fläche ist und die Linsen dann unter dem Glas sind. Das sieht halt wirklich geil aus, auch mit dem Weiß und dem schwarzen Rahmen. Macht optisch wirklich was her. Mein Highlight ist der orangene Powerbutton. Ich stehe auf sowas einfach, keine Ahnung, ich finde es geil, wenn dann der Button so eine andere Farbe hat. Das ist ein toller Akzent. Ja, das Kinn, äh nicht das Kinn, das Kinn, kommen wir trotzdem zum Kinn, ist deutlich schmaler geworden als im Vorgänger, weil der Stereo-Lautsprecher jetzt an die Unterseite gewandert ist. Der feuert jetzt quasi unten seitlich raus. Und die Stirn ist immer noch sehr groß. Es gibt diesmal keine riesige Notch wie beim Pixel 3 XL, sondern eine durchgehende, ein durchgehende Stirn. Der Grund dafür ist, dass da viele Sensoren drin sind. Denn beim Pixel 4 ist eine große Neuheit der Face Unlock. Das heißt, ihr könnt mit eurem Gesicht entsperren, wie man das vom iPhone kennt. Und deswegen ist der Rahmen oben so groß und es gibt auch keine Notch, weil da halt so viele Sensoren drin verbaut sind. Neben den Infrarot-Blastern für die Gesichtserkennung sind verschiedene Infrarot-Kameras dafür auch noch drin. Die normale Selfie-Kamera mit einem 90-Grad-Blickwinkel. Also ihr habt da auch ein weiteres Blickfeld als beim Pixel 3 zum Beispiel. In meinem Unboxing hatte ich da ganz kurz was zu gezeigt. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal auch vorbei. Da sieht ihr dann auch den Lieferumfang vom Pixel 4. Wie gesagt, ich bände es oben ein. Neben der Selfie-Kamera ist dann auch noch was anderes Besonderes drin. Und zwar der Soli-Radarchip. Das Teil gibt es schon eine Weile. Und die haben es geschafft, einen Radarchip so klein zu machen, dass man ihn jetzt auch in einem Smartphone verbauen kann. Momentan geht da beim Pixel 4 noch nicht so viel mit. Aber es gibt schon ein paar coole kleine Gimmicks. Zum Beispiel, stellt euch vor, morgens der Wecker klingelt. Ihr habt keinen Bock, die scheiß Schlummern-Taste zu suchen. Also ich bin ja jemand, der drückt immer auf Schlummern. Ich weiß nicht, 4 Mal oder so mindestens, bevor ich dann aufstehen kann. Und ihr müsst dann nicht mehr so richtig benebelt da noch voll im Halbschlaf irgendwie die Schlummer-Taste suchen. Sondern ihr könnt jetzt einfach so quasi dem Handy winken. Ihr wischt vor dem Bildschirm des Handys rum und könnt dann dadurch den Wecker zum Schlummern bringen. Ist ein ganz geiles Feature eigentlich. Nutze ich wirklich täglich. Ich finde es wirklich ganz gelungen. Was dabei auch noch ganz cool ist, der Chip wird auch noch verwendet, um zu erkennen, wenn eure Hand in der Nähe ist. Und dann wird der Wecker auch schon leiser. Also der Wecker dröhnt euch nicht mit voller Lautstärke die Ohren weg. Sondern er wird dann schon leiser, weil das Handy erkennt, ja, ihr seid wach. Die Hand ist schon nah am Handy dran. Ja, und das ist schon ziemlich cool, finde ich, dass man sein Handy irgendwie ohne Berührung steuern kann. Auch wenn es nur für manche wahrscheinlich ein kleines Gimmick ist. Ich finde es ganz cool. Was noch damit geht ist, ihr könnt die Musik steuern. Also das heißt, egal in welcher App ihr seid, egal ob das Display an oder aus ist, wenn das Handy auf dem Tisch liegt und ihr darüber wischt, könnt ihr halt, wenn ihr nach links wischt, ein Lied zurück machen. Wenn ihr nach rechts wischt, ein Lied nach vorne. Das kann man übrigens auch einstellen. Also man kann die Richtung auch invertieren. Dann wischt ihr halt genau in die andere Richtung. Und das nutze ich tatsächlich relativ häufig bei der Arbeit im Büro, wenn das Handy so auf dem Tisch liegt. Ich schalte es gar nicht erst an und will ein Lied weitermachen und wischt dann einfach das Lied quasi weg, wenn ich es weiter haben will oder wenn ich es wieder zurück haben will. Und das nutze ich tatsächlich im Alltag relativ häufig zusammen mit der Weckerfunktion halt. Genau, aber ein Kaufargument ist dieser Soli Radarchip momentan trotzdem noch nicht. Auch wenn die Features relativ cool sind meiner Meinung nach. In dem Video von dem Soli Radarchip sieht man halt auch, dass man so ganz feine Bewegungen mit dem Finger machen kann, als ob man so kleine Drehknöpfe drehen würde. Und das geht halt momentan noch nicht. Das wäre halt ziemlich cool, wenn man damit noch mehr machen könnte. Wenn man es, keine Ahnung, bei Google Maps vielleicht irgendwie berührungslos ranzoomen könnte oder sowas. Wenn das Handy in der Navi Halterung, in der Fensterscheibenhalterung hier, Saugnavhalterung, so das ist das Wort Saugnavhalterung, hängt, dass man dann quasi so ranzoomen kann, ohne dass man wirklich darauf rumtatschen muss. Und das wäre ganz cool, wenn sowas dann vielleicht später noch in einem Software-Update nachgeschoben wird, dass man dann halt auch feinere Bewegungen damit machen kann und generell mehr steuern kann. Ja, bleiben wir auch gleich auf der Vorderseite vom Gerät. Nachdem wir die Sensoren oben abgehakt haben, kommen wir mal als nächstes zum Display. Ich finde, es ist deutlich besser im Vergleich zu meinem Pixel 3, was ich ja vorher benutzt habe. Es macht einfach Spaß, das Teil zu benutzen. Das Display sieht einfach gut aus, die Farben sind schön, es ist gestochen scharf mit der QHD-Plus-Auflösung. Was mich halt ein bisschen stört ist, dass die Ränder sehr stark abgerundet sind. Also es passt ins Allgemeinbild vom Rahmen und so, passt es eigentlich ganz gut rein mit der Abrundung. Aber mir ist es trotzdem ein bisschen zu stark, weil manchmal, wenn man ein Video im Breitbild-Format hat und dann noch so ranzoomt quasi, dann sieht man, wie dann die Kanten so ins Video schneiden. Und das nervt dann schon ein bisschen. Das hatte ich auch zum Beispiel in manchen Spielen, die dann oben so eine Statusleiste haben, wo irgendwelche Infos angezeigt werden. Dann kann es sein, dass das ganz links am Rand schon so leicht eingeschnitten wird. Ist mir einfach ein bisschen zu viel des Guten mit der Rundung. Ansonsten auch eine große Neuheit beim Display. Ihr habt jetzt hier 90 Hertz. Nachdem es jetzt vor kurzem ein Update gab, gibt es auch dieses komische Verhalten nicht mehr, dass das Display nur auf 90 Hertz ist, wenn es über 75 Prozent Helligkeit ist. Mit dem neuen Update ist es so, dass es immer auf 90 Hertz ist. Also beziehungsweise sich, egal bei welcher Heiligkeitsanstellung, dazu entscheiden kann, auf 90 Hertz zu laufen. Denn Google hat ja hier eine Möglichkeit eingebaut, dass das Ganze sich an dem Bildschirminhalt anpasst. Also das Pixel merkt dann, wann es sinnvoll ist, die 90 Hertz zu aktivieren. Zum Beispiel beim Scrollen, dass es halt schön flüssig aussieht. Und bei Sachen, wo man es halt nicht braucht, zum Beispiel Spiele, die es gar nicht unterstützen, wird dann auf 60 Hertz runtergeschaltet, um den Akku zu sparen. Und ja, das macht insgesamt, das Display kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das macht Spaß, ich bin zufrieden damit. Es sieht schön aus, gute Farben. Kommen wir nun mal nochmal ins Gehäuse. Ihr habt ja an der linken Seite den SIM-Tray. Da könnt ihr eure SIM-Karte reinschieben, ist ein Nano-SIM. Und unten habt ihr den USB-C-Anschluss. Und ansonsten ist soweit eigentlich nichts dran, außer oben halt noch ein Mikrofon. Das andere ist unten mit verbaut in dem Lautsprecher-Grill. Und an der anderen Seite habt ihr dann den Power-Button und die Lautstärke-Wippe. Für mich persönlich ist es ein bisschen komisch positioniert. Ich bin es gewohnt, dass der Power-Button unten ist. Ich zeige mal kurz meinen Pixel 3 daneben. Da ist es zwar auch so, aber hier habe ich halt eine bessere Reichweite, mit meinem Daumen an den Power-Button ranzukommen. Und ich finde es besser, wenn der Power-Button in Daumen-Reichweite ist, weil jetzt muss man so weit nach oben gehen, um das zu aktivieren. Und das wäre halt schön gewesen, wenn der unten ist, würde ich bevorzugen. Aber ansonsten lassen sich die Buttons sehr gut drücken. Sind auf jeden Fall gut vom haptischen Feedback. Und da lässt sich auf jeden Fall auch nichts zu meckern. Ansonsten zur Performance des Pixels. Da kann man auch nicht meckern. Es hat ein Snapdragon 855. Das Ding rennt einfach. Zusammen mit dem Stock Android läuft es einfach. Es ist schnell. Was halt beim Pixel jetzt schon bekannt ist, es gibt manchmal so leichte Ruckler irgendwie. Wenn ich eine App starte, dann dauert es manchmal so kurz. Wird wahrscheinlich mit dem Software-Update behoben. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine Probleme. Alles läuft. Ich merke sonst keine Ruckler. Das Ding läuft einfach flüssig. Bei der Performance kann man also auch nicht meckern. Mit dem RAM von 6 GB bin ich eigentlich auch zufrieden. Die Apps bleiben ausreichend lang für mich im Speicher. Also wenn ich oft mal hin und her wechseln muss zwischen mehreren Apps. Es ist mir eigentlich selten vorgekommen, dass die App dann komplett neu gestartet werden muss. Also läuft soweit auch ganz gut. So, wandern wir mal auf die Rückseite. Da ist ja auch noch eine weitere große Neuheit vom Pixel 4. Und zwar kommt jetzt zum ersten Mal ein Dual-Kamera-Setup zum Einsatz. Ihr habt einmal die normale Kamera und eine zweite Kamera, die ein Zweifach-Teleobjektiv verbaut hat. Ja, kann man sich jetzt streiten, ob Zweifach-Tele wirklich so geil ist? Also ich hätte mir wahrscheinlich auch irgendwie Dreifach oder noch mehr gewünscht. Weil Zweifach ist jetzt auch nicht so der Burner. Viele meckern ja auch, dass es keinen Ultra-Weitwinkel hat. Finde ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm. Also Ultra-Weitwinkel nutze ich jetzt nicht so oft. Aber klar, die Konkurrenz macht es vor. Eigentlich hätte Google da mitziehen müssen und auch eine Weitwinkelkamera verbauen müssen. Einfach um so auf dem Stand der Dinge zu sein. Also es kann ja nicht sein, dass sie immer zurückhängen. Ja, Google, eure Kamerasoftware ist top. Aber man muss auch irgendwie bei der Hardware mal mitziehen. Einfach damit die Leute einfach zufrieden sind. Ja, will ihm auch sein. Ich bin soweit aber zufrieden mit dem Dual-Kamera-Setup. Das Pixel macht immer noch top Fotos. Ich blende euch einfach nebenbei einige Verleichsbilder ein. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Was die Kamera jetzt noch besser drauf hat, ist die sogenannte Astrofotografie. Das ist eine ziemlich coole Funktion, wie ich finde. Ich konnte jetzt leider keine so geilen Testaufnahmen machen, weil ich halt in einer Großstadt wohne und jetzt nicht so viel Zeit hatte, um dann abends wirklich mal irgendwie weit rauszufahren, dass man diese Lichtverschmutzung nicht hat. Aber der Modus funktioniert so, dass ihr quasi einfach in den nächtlichen Himmel die Kamera richtet, auf ein Stativ am besten. Dann könnt ihr mich bis zu vier Minuten lang belichten. Das Pixel macht dabei halt mehrere einzelne Belichtungen von kürzerer Zeit und rechnet die dann einfach zusammen später. und die Funktion aktiviert sich dann im Nachtmodus automatisch, sobald das Pixel halt erkennt, dass es auf den Himmel gerichtet ist und es halt eine relativ dunkle Szene ist. Und ihr müsst dann eigentlich nur noch auf den Aufnahmeknopf drücken. Dann wird für euch ein Timer angezeigt und dann könnt ihr halt bis zu vier Minuten warten. Und je länger ihr halt wartet, desto besser wird dann auch das Ergebnis am Ende. Wichtig ist halt, dass ihr das Handy wirklich ruhig haltet. Also deswegen, wie gesagt, auf jeden Fall ein Stativ benutzen. Ja, bei der allgemeinen Fotoqualität des Pixel 4 hat sich jetzt soweit für mich auch nicht so mega viel geändert. Das Handy macht wirklich immer noch richtig geile Fotos. Also ich bin damit voll zufrieden. Das ist auch so einer der Hauptgründe neben Stock Android, dass ich mich fürs Pixel entscheide, weil die Kamera einfach so gut ist bei Fotos. Und der Nachtmodus ist geil. Wie ich ja schon gesagt habe, die Astrofotografie ist auch ein richtig geiles Feature, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so oft braucht. Aber es ist ein Handy, Mann. Wie geil ist das? Ja, aber wie gesagt, die allgemeine Fotoqualität ist immer noch richtig, richtig gut. Ist vielleicht nur minimal besser. Also ich habe da jetzt keine riesengroßen Unterschiede gesehen. Was ganz cool ist, durch diese zweifach Telelinse kann man jetzt halt auch diesen Super Res Zoom, nennen sie das so, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, ich blende euch einfach unten in den Namen ein, kann man jetzt quasi digital bis zu achtfach zoomen. Das Pixel nutzt dann halt diese Telelinse, um halt das noch besser hinzubekommen, auch digital das Bild dann ranzuzoomen. Und durch die Algorithmen, die Google darüber laufen lässt, funktioniert es teilweise auch wirklich, wirklich gut. Bei geraden Linien und sowas ist das wirklich enorm, die Qualität, die da rauskommt. Wenn man jetzt irgendwie so an, keine Ahnung, an so Bäume und Blätter sowas ranzoomt, dann sieht es dann schon nicht mehr so gut aus. Das ist dann schon ziemlich matschig. Aber allgemein kann man mit dem Handy schon ganz gut ranzoomen. Auch so ein bisschen digital, vielleicht nur vierfach oder so. Da kommen schon ganz gute Ergebnisse dabei rum. Dennoch, wie gesagt, ich hätte mir wahrscheinlich eine weitere Telelinse gewünscht, irgendwie dreifach, vielleicht sogar fünffach. Das wäre für mich irgendwie spannender gewesen als Telelinse. Keine Ahnung, also zweifach ist wirklich kaum Unterschied, meiner Meinung nach. Also ja. Weiteres Manko, wie letztes Jahr auch, die Videofunktion von Pixel ist jetzt auch nicht der Burner. Es nimmt immer nur noch in 4K 60 FPS auf. Übrigens vorne nimmt es nur in Full HD auf, nicht mal in 4K. Keine Ahnung, was da schon wieder schief gelaufen ist. Also ich denke mal, das Pixel hätte null Probleme damit, auch 4K 60 FPS aufzunehmen. Also Google hat aber selber gesagt, der Fokus liegt nicht da drauf, weil sie der Meinung sind, dass die Dateien zu groß sind. Da gab es ja bei Twitter, glaube ich, so einen kleinen Fauxpas, wo die selber geantwortet haben, ja, das ist doch viel zu groß, aber dann lasst doch die Leute einfach selber entscheiden, dass sie das machen wollen. Ich meine, die können doch mit ihrem Speicher machen, was sie wollen. Finde ich halt ein bisschen schade, dass man nicht in 60 FPS und 4K aufnehmen kann. Ja. Und eine weitere Besonderheit vorne, ich habe ja schon vorhin über die Face Unlock Funktion gesprochen. Die funktioniert wirklich sehr zuverlässig in Verbindung mit Sony. Wenn ihr, sobald ihr an das Smartphone rangeht, aktiviert sich das Display. Das müsst ihr übrigens auch extra aktivieren in den Einstellungen. Und dann fängt der Face Unlock Sensor beziehungsweise die Face Unlock Kameras zusammen mit der Infrarot Blaster fangen an, nach eurem Gesicht zu suchen. Und das funktioniert wirklich zuverlässig, auch sehr schnell, meiner Meinung nach. Das Handy geht dann auch sofort an. Also ihr müsst dann nicht wie beim iPhone noch nach oben wischen. Also wenn ihr das aktiviert, wenn es euer Gesicht erkennt, dann geht es sofort auf den Homebildschirm und ihr seid sofort drin, könnt sofort loslegen. Besonders dabei ist auch, es funktioniert in allen Positionen. Da war ich echt erstaunt, wie gut es dann funktioniert, auf der Seite, auf dem Kopf. Es funktioniert einfach immer. Also es ist echt ein tolles System. Da gewöhne ich mich schon sehr dran, muss ich sagen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es dann kein Fingerabdruck-Sensor mehr gibt. Manche Leute wollen vielleicht nicht ihr Gesicht scannen lassen. Und eine weitere schlechte Nachricht ist, wenn es keinen Fingerabdruck-Sensor mehr gibt, dann funktionieren auch die ganzen Banking-Apps nicht mehr. Denn die sind momentan noch nicht optimiert dafür. Und zum Beispiel in meiner Paypal-App kann ich jetzt nicht mehr mit meinem Fingerabdruck entsperren, weil es gibt ja noch, es gibt ja keinen Fingerabdruck-Sensor mehr. Das ist halt echt scheiße. Eine positive Sache ist, ich habe herausgefunden, dass Google eine neue API herausgebracht hat, um generell für biometrische Sensoren halt, um die ansteuern zu können. Und wenn man diese neue API anbindet, dann kann man halt Fingerabdruck-Sensoren benutzen, den Face-Unlock oder andere biometrische Authentifizierungs-Methoden, nennt man das so. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wenn man die API einbindet, dann sollte es eigentlich funktionieren. Das heißt, jetzt muss man einfach nur abwarten, wann endlich die ganzen Banking-Apps nachziehen und dann wirklich es möglich ist, endlich auch diese mit dem Face-Unlock zu entsperren. Weil so ist es echt nervig, dass man jetzt immer wieder sein Passwort eingeben muss. Es war so schön angenehm, wenn man so einen Fingerabdruck einfach benutzen konnte. Naja, was soll man sagen? So, nachdem wir jetzt die Grundlagen und die allgemeine Ausstattung besprochen haben, kommen wir jetzt zum für mich wichtigsten Thema bei dem Gerät, warum ich es leider nicht mögen kann. Wirklich, es ist wie so eine Hassliebe. Das Ding liegt so gut in der Hand, ich habe Bock, das zu benutzen. Also wirklich, ich habe Bock, das zu benutzen, aufzunehmen, aufzuheben vom Tisch und einfach damit irgendwas zu machen. Weil es irgendwie einfach ein angenehmes Gefühl ist in der Hand. Aber die Akkulaufzeit ist einfach schlecht. Das Ding hat ein 3800 mAh Akku. Warum kriegt das Google nicht hin? Ich meine, sie machen diese Software, sie machen Android. Warum bekommen sie es nicht hin, die Akkulaufzeit zu optimieren? Das Teil, wenn ich den 90 Hertz Display ausschalte, dass es immer auf 60 Hertz läuft, dann komme ich gerade so, wenn ich nicht viel mache, komme ich gerade so auf 5 Stunden Screen on Time. Mir waren es jetzt 4,5, aber ich hatte noch ein bisschen Restakku. Aber was ist denn das bitte? Also bei so einem teuren Handy wirklich mit den, teilweise mit den Features ausgeschaltet, die das Handy so besonders machen, dann nur auf 5 Stunden Screen on Time zu kommen, ist für mich echt, das ist einfach scheiße. Sorry, muss ich mal so sagen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Handy, für Leute, die wirklich eins haben wollen, was sie, was lange durchhält, die keine Angst um ihren Akku haben wollen, kann ich das wirklich nicht empfehlen. Deswegen, das war auch ein Grund für mich, warum ich ja aufs Große gewechselt bin, weil ich ja beim kleinen Pixel 3 schon ein bisschen Angst um den Akku hatte und ich wollte einfach mein Handy wieder mit einem großen Akku, was lange hält und das vergibt mir das Pixel 4 XL leider nicht. Ich komme hier wahrscheinlich genauso lange mit hin, wie bei meinem Pixel 3 und es hat einen viel kleineren Akku. Also das ist schon echt traurig. Also Fazit auf jeden Fall. Alles andere ist für mich top bei dem Smartphone. Ich mag es einfach, aber die Akkuläufzeit zerstört mir das Erlebnis einfach. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Für mich ist das Pixel 4 dieses Jahr auf jeden Fall keine Empfehlung. Wenn ihr irgendwie einen anderen Alltag habt und jedes Mal die Möglichkeit habt aufzuladen oder auch einfach, dass ihr damit kein Problem habt, dann kann ich es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es ist echt ein tolles Smartphone meiner Meinung nach. Es macht Spaß, aber für mich mit der Akkuläufzeit und für den Preis von 1000 Euro, weil ich habe hier die 128 GB Variante, kann ich es auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Ja, und soweit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst ja, wie es läuft auf YouTube. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst doch gerne ein Abo da und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Ciao. Ciao.